Etwa 45.000 Wasserböcke grasen auf den Feuchtwiesen des Gorongosa Nationalparks in Mosambik. Zu viele, damit das Gras genug wachsen kann. Die Tiere sind nervös. Denn am Rande der Savanne tut sich etwas. Die Mitarbeiter von Peace Parks, einer südafrikanischen Naturschutzorganisation, bauen eine Fanganlage auf. Ein riesiger Trichter aus Stellwänden, der in einem Viehtransporter endet. Das ist ein Teil unseres Auswilderungsprozesses. Wir siedeln etwa 1.400 Tiere von hier um, vor allem Wasserböcke, aber auch 200 Riebböcke. Mit der Ruhe im Busch ist es jetzt vorbei. Die Jagd beginnt. Immer wieder treibt der Helikopter Gruppen von Antilopen in Richtung Fangtrichter. Die Treiber am Boden müssen direkt ran an die verängstigten Tiere. Es sind jetzt sechs dort. Das ist okay. Ich glaube, wir sind bei insgesamt 30. Damit haben wir schon zwei Drittel. Es sind schon 50, 60 im Laster. Der andere Lkw ist auch gerade gekommen. Es geht also voran. Und auch die Unwilligsten werden mit sanfter Gewalt auf die Reise in ein neues Leben geschickt. An diesem besonderen Tag ist auch Werner Mayberg mit dabei. Er ist Chef von Peace Parks und hat die Umsiedlungsaktion jahrelang mit vorbereitet. Wir betreiben einen ziemlichen Aufwand, um Tiere in einen Park umzusiedeln, in dem die Tierwelt nahezu komplett ausgerottet wurde. Das nichts mehr. Das lag am Bürgerkrieg in Mosambik. Der dauerte 16 Jahre und hat Unmengen von Tieren das Leben gekostet. Damit man das wiederbeleben kann, muss man in Parks wie Gorongosa gehen und von dort Tiere holen. Es gibt eine Menge Parks in Mosambik, die diesen Prozess durchlaufen und von Null anfangen. Der Gorongosa-Nationalpark war einer der ersten in Mosambik, die nach dem Ende des Krieges vor gut 20 Jahren mit viel Aufwand wieder zum Leben erweckt wurden. Heute streifen hier sogar wieder mehrere Löwenrudel durch die Savanne. Und der Park kann Tiere abgeben. Die gefangenen Wasserböcke gehen nun auf die Reise in den Sinav-Nationalpark. 16 Stunden Fahrt nonstop. Unterwegs länger anhalten darf der Fahrer nur in Notfällen. Zu empfindlich ist die Fracht. Was in Gorongosa schon gelungen ist, hat Sinav noch vor sich. Die Rückkehr der afrikanischen Wildtiere. Und dieser Transport ist sein erster Schritt. In Sinav treffen sich derweil das Peace-Parks-Team und Vertreter der mosambikanischen Behörden. Es geht unter anderem um die fehlende Infrastruktur im Park. Sie wollen den Zugang zum Schutzgebiet erleichtern. Bartolomeu Soto, der Generaldirektor der Nationalparks in Mosambik, rechnet mit einem Erfolg des Projekts. Die touristisch schon erschlossene Küste ist nicht fern, das macht Sinav in Zukunft auch für Tourismusinvestoren attraktiv. Sinav ist Teil einer nationalen Strategie. Wir wollen unsere Schutzgebiete wieder aufbauen, um die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Mosambik voranzutreiben. Es geht um eine nachhaltige Entwicklung, die den Lebensstandard erhöht, ohne unsere Ressourcen zu vernichten. In Sinav fehlt es allerdings noch an allem. 2,5 Millionen Dollar kostet allein die Umsiedlungsaktion der Tiere. Zudem werden gerade Häuser für Ranger gebaut. Peace-Parks finanziert vieles davon. Sucht aber Geldgeber, auch um die neuen Tiere vor Wilderei zu schützen. Denn im Park und an seinen Grenzen leben Menschen. Es sind zumeist arme Bauern oder Fischer. Neue Ackerflächen werden oft mit Feuer gerodet. Damit auch das weniger wird, soll der wiederbelebte Park langfristig den Anrainern Arbeit und Einkommen bringen. Noch aber leben in Sinav alle Tiere hinter hohen Elektrozäunen, in einem rund 18.000 Hektar großen Schutzgebiet. Die Naturschützer wollen sich vom Stand der Auswilderung überzeugen. Denn aus diesem Areal soll der Tierreichtum in Sinav später kommen. Wenn alles gut geht, dann werden sich in ein paar Jahren die Tore öffnen. Vorher bekommen die Giraffen aber noch viel Gesellschaft, die die Natur wieder ins Gleichgewicht bringen soll. Unser Schwerpunkt ist es, Tiere der Savanne hier reinzubringen, wie Zebras, Gnus und Büffel. Die fressen vor allem das lange Gras und verändern so das Ökosystem. Elefanten werden später das Gleiche tun. Wir haben hier eine Menge dichten Busch, den öffnen sie wieder. Danach, so in vier oder fünf Jahren, können wir Fleischfresser reinbringen, also Löwen, Hyänen und Leoparden. Der Lkw mit den Antilopen ist am nächsten Morgen endlich am Ziel. Trotz der langen Fahrt sind die Tiere wohl auf. Jetzt geht alles sehr schnell. Und doch, es ist nur ein kleiner, weiterer Schritt bis zum neuen Naturparadies. Um eine Fläche dieser Größe wiederzubeleben, braucht man Zeit. Der Krügerpark ist 110 Jahre alt. Dieses Gebiet ist ein Viertel so groß wie der Krügerpark und es sind kaum Tiere hier, um die Wildnis zurückzubringen. Es wird 15 bis 20 Jahre dauern, nur um den Bestand an Tieren wiederherzustellen, den es hier früher einmal gab. Für die Wasserböcke aus Gorongosa hat die neue Freiheit bereits jetzt begonnen. In den nächsten Jahren werden ihnen rund 7500 Tiere aus anderen afrikanischen Parks folgen und das Leben langsam nach Sinav zurückbringen.